Nach dem Verschwinden eines Egypt-Airfluges über dem Mittelmeer sind die Papiere von Reise- und Freizeitunternehmen abgestürzt. Der Eurostox fiel um fast 1%, die Börse in Kairo um beinahe 2%. Airline-Aktien fielen. Die Anteile an Airbus, Air France, KLM, Lufthansa, der British Airways-Mutter, International Consolidated Airlines Group und Aeroport de Paris gaben um bis zu 1,5% nach. Accor, TUI und Intercontinental Hotels verloren um bis zu 2,5%. Der Branchenindex Stocks Europe 600 Travel and Leisure ging um fast 1% zurück. Die Anteile am britischen Reiseunternehmen Thomas Cook verloren fast 17%, auch wegen der Ansage, dass Touristen die Türkei mieden.